Das hier ist, klar, ein Tischtennisschläger. Aber eben nicht irgendeiner, sondern ein schlauer Schläger. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was kann der, was meine gute alte Kelle nicht kann? Tja, eine ganze Menge. Der Schläger erfasst Beschleunigungs- und Winkelbeschleunigungsdaten und das mit extrem hoher Genauigkeit von fast 800 Messdaten pro Sekunde. Deine Gamechanger. Hochsensible Bewegungssensoren ermöglichen die präzise Erfassung Deiner Spielzüge. Und die künstliche Intelligenz liefert individuelle Auswertungen in Echtzeit. Ein Feedback auf Dich zugeschnitten. Ich finde es schon hilfreich und ich finde es auch sehr interessant, dass man dann mal merkt oder sieht, wie viele Schläge, Vorhand oder Rückhand man in einer Trainingseinheit spielen kann. Noch heraus, wo du stehst und teile deine Erfolge. Für Leistung auf einem neuen Niveau. Träge deine Aktivität. Finde deine Stärken. Optimiere dein Spiel. Geschaffen, um deinen Sport auf das nächste Level zu heben. Dellte die Erfolge. Geilereideleise. Tempest sie gesehen. Niedos Slastory. Verst livre hier in diesem Jahr besternd Hor bild llega überhaupticamenteer. Yes, ich sehe sie. Jere, die sao noch eins passt. Bei막hand der Pr期 dive an. ed way, auf die Berge mit gibt. Bis zum nächsten Mal.